Diese Selbsthypnose soll dir helfen, dir selbst und anderen zu vergeben, in die Heilung zu gehen und ganz bewusst zu verzeihen. Denke bitte daran, diese Hypnose nicht einzusetzen, wenn du mit dem Auto fährst. Setze sie bitte auch nicht ein, wenn du dich auf etwas Besonderes konzentrieren musst. Falls du es noch nicht getan hast, suche dir jetzt bitte einen Platz, der gemütlich ist, wo du dich wohl und sicher fühlst. Während dieser Selbsthypnose wird meine Stimme zu deiner Stimme. Für den Verlauf dieser Hypnose ist meine Stimme deine Stimme. Nach dieser Hypnose ist deine Stimme natürlich wieder deine Stimme. Hast du dich auf deinen Platz eingerichtet? Wenn nein, drücke jetzt die Pause-Taste und mache dann weiter. Wenn ja, wunderbar, schließe jetzt bitte deine Augen. Entspanne dich ganz bewusst und vertraue. Ab jetzt ist meine Stimme deine Stimme. Ich liege ganz entspannt. Meine Augen sind geschlossen. Meine Arme und Beine ganz locker. Ich bin völlig gelöst und entspannt. Nichts kann mich stören. Ich bin ganz ruhig und gelöst. Ich atme ganz ruhig und gleichmäßig. Und ich bin jetzt völlig gelöst und entspannt. Ich fühle mich ganz ruhig und fühle mich ganz ruhig. Ich fühle mich ganz ruhig. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinen ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinen ganzen Körper ausbreitet. Ich spüre, wie eine angenehme Ruhe durch mich strömt und sich in meinem ganzen Körper ausbreitet. Nun konzentriere ich mich auf meine Beine. Völlig ruhig konzentriere ich mich auf meine Beine. Und ich empfinde jetzt ganz deutlich, wie meine Beine schwerer werden. Immer schwerer werden meine Beine. Immer schwerer und schwerer werden meine Beine. Meine Beine sind jetzt ganz schwer. Bleiern schwer. Bleiern schwer. ganz bleichwer. Als nächstes werden auch meine Arme schwer, ganz schwer und ziehen ganz stark nach unten. Immer mehr Schwere fließt in meine Arme und lässt meine Arme immer schwerer werden, immer schwerer, immer schwerer und schwerer. Auch meine Arme sind jetzt bleichwer. Auch meine Augen sind ganz schwer und werden immer schwerer. Die Augen sind ganz fest geschlossen. Ich kann meine Augen nun nicht mehr öffnen, aber das will ich auch gar nicht. Ich lasse mich immer tiefer und tiefer sinken in dieses wunderbare Gefühl der Müdigkeit und schwere. Ich werde immer müder und müder. Ich werde immer müder. Immer müder. Nichts kann mich stören. Ich höre jetzt nur noch auf meine Stimme und spüre jetzt ganz deutlich, wie ich allmählich ich immer tiefer sinken, immer tiefer, immer tiefer, in eine tiefe, tiefe wohltuende Ruhe. Ich fühle mich ganz wohl und lasse mich immer tiefer sinken, immer tiefer, immer tiefer. In diesem wunderbaren Ruhezustand öffnet sich jetzt. Ganz weit öffnet sich jetzt das Tor zu meinem Unterbewusstsein. Alles, was ich jetzt sage, dringt ganz leicht und tief in mein Unterbewusstsein, prägt sich dort unauslöschlich ein. Und ich werde ganz strikt danach handeln. Nichts. Ich werde alle, was ich jetzt dabei bin. Nichts. Ich werde alles, was Sie liebte. Ich programmiere jetzt mein Unterbewusstsein, um neue Überzeugungen in mein Herz zu lassen. Ich programmiere jetzt mein Unterbewusstsein, um neue Überzeugungen in mein Herz zu lassen. Es ist jetzt meine ganz bewusste Entscheidung, allen Menschen zu verzeihen, die mir in meiner Vergangenheit Leid oder Dummes zugefügt haben. Es ist jetzt meine ganz bewusste Entscheidung, allen Menschen zu verzeihen, die mir in meiner Vergangenheit Leid oder Dummes zugefügt haben. Ich löse mich von der Idee, andere ändern zu wollen, bekämpfen zu wollen oder bestrafen zu wollen. Ich löse mich von der Idee, andere ändern zu wollen, bekämpfen zu wollen oder bestrafen zu wollen. Ich höre auf meine intuitive Stimme der Liebe und befreie mich von jedem Wunsch auf Rache, Wut oder Groll. Ich befreie mich von jedem Wunsch auf Rache, Wut oder Groll. Ich nutze meine Entscheidungsfreiheit, um Menschen und Ereignisse mit Liebe anstatt mit Angst zu sehen. Ich nutze meine Entscheidungsfreiheit, um Menschen und Ereignisse mit Liebe anstatt mit Angst zu sehen. Alle urteilenden und nachtragenden Gedanken entlasse ich aus meinem Geist und ersetze sie durch Liebe und Frieden. Alle urteilenden und nachtragenden Gedanken entlasse ich aus meinem Geist. und ersetze sie durch Liebe und Frieden. Von Tag zu Tag werde ich in jeder Hinsicht immer friedvoller und gelassener. Jetzt löse ich all meine emotionalen Dramen auf und das fühlt sich gut. und richtig für mich an. Ich löse jetzt all meine emotionalen Dramen auf und das fühlt sich gut und richtig für mich an. Ich lasse nun los. Ich lasse los. Ich vergebe bedingungslos. Ich lasse nun los. Ich vergebe. Ich vergebe. Ich vergebe. Ich vergebe jetzt. Auch mir selbst vergebe ich jetzt, wenn ich glaube mir in der Vergangenheit Schuld aufgeladen zu haben. Ich vergebe jetzt auch mir selbst bedingungslos. Ich vergebe jetzt auch mir selbst bedingungslos. Bedingungslos. Bedingungsloses Verzeihen ist ein machtvolles Instrument und ich erfahre, dass ich mich jetzt als einen guten Freund an meiner Seite. Bedingungsloses Verzeihen ist ein machtvolles Instrument und ich erfahre es jetzt als einen guten Freund an meiner Seite. Ich fühle mich leicht und frei. Von Tag zu Tag werde ich in jeder Hinsicht immer leichter und freier. Friedvoller und gelassener. Mein neuer Bewusstseinszustand erfüllt mich absolut. Mit Zuversicht, Frieden, Liebe, Freiheit, Lebendigkeit, Vertrauen, Erlösung, Kraft, Glück, Gesundheit und Freude. Ja. 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 Ich spüre nicht. Ich spüre noch einmal diese wunderbare Ruhe in mir. In dieser wunderbaren Ruhe hat sich jedes meiner Worte unauslöschlich tief in meinem Unterbewusstsein eingeprägt. Ich werde immer danach handeln und fühle mich dabei ganz wohl. Es geht mir von Tag zu Tag in jeder Hinsicht immer besser und besser. Von Tag zu Tag geht es mir in jeder Hinsicht immer besser und besser. Tag. 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 Arme und Beine wieder locker, leicht und frei beweglich. Ich öffne dann die Augen und fühle mich ganz frisch, wohl und glücklich. Sobald ich meine Augen geöffnet habe, durchströmt mich ein starkes Gefühl von Vertrauen und Leichtigkeit und ich bin erfüllt mit einer erfrischenden, vitalisierenden Energie. Eins, zwei, drei. Augen auf. Arme und Beine sowie der gesamte Körper sind ganz locker und frei beweglich. Ich bin voller Kraft und Energie und fühle mich ganz wohl. Ich fühle mich ganz frisch und wohl. Jetzt ist deine Stimme wieder deine eigene Stimme. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Chungälber